Herzlich Willkommen liebe Zuschauer. Wir flippen heute total aus in die Hobbylosigkeit. Udo Flip. Oh ich seh's ne Martin ey. Das ist geil. Plus Einser Karten bitte. Überraschung. Ah ja. Flippity flip flip flip. Okay. Oh Fabian, den hätte ich nicht gespielt. Boah, der Martin hat den Plus Fünfmann auf der anderen Seite. Scheiße. Ja, das interessiert dich doch da drüben nicht. Guck mal was der Martin hat. Ja sag ich doch, der Martin hat doch... Achso du meintest. Du hast auf der anderen Seite gesagt. Die Tafelmann zu Fabian. Was bringt es dann die Plus Fünf? Das ist Plus Fünf. Ah ja. Und der Fabian auch. Es sind jetzt die Siebener und so sind ja nicht aktiv oder? Nee, gibt's nicht. Alter. Richtig assi. Verdammt ey. Hast gespürt. Alter. Alter. Ja, dieser Modus gefällt mir. Der ist gut. Oh mein Clemens. Alter. Alter. Come on ey. Alter. Was zum Hö... Okay, Mann. Ich glaube, ich leg langsam los. Ähm, was hättet ihr gern? Martin? Blau. Blau. Ich hab alles außer Blau. Ganz ehrlich. Alter, das ist das, was ich nicht habe, du Ratte. Ja, das ist ja gut. Komm, flipp das Ding jetzt hier mal. Alter, bitte nicht. Dann flipp Fabian aber aus. Wie kann man denn flippen? Jetzt kann man flippen. Äh, dieses... Es gibt eine Flipkarte. Mit dem Rechteck, mit dem Pfeil. Jetzt kann man flippen. Ja, jetzt kann man flippen. Jetzt finde ich's cool. Oh, ist ganz viel der Siebener an und bringt ja noch nicht viel. Oh. 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 Yes. Sehr gut. Belastet. Wir haben noch gar nicht geflippt heute hier. Was ist da los? Die sind raus, so, dass du die Klau... Ah, blau hättest du nicht... Ah, er flippt! Boom! Wow, ey. Oh, die haben wir nicht. Aber die scheiß Karten, man, auf der Rückseite. Sag ich dir doch. Sag ich dir doch noch. Du hast... du hast... du hast dann... gar nichts. Ja, Martin, komm oh, drück jetzt mal. Ach, die Farbe schon wieder. Yay, ich flipp zurück! Wie denn? Oh. Ne, ne, wir behalten's mal lieber so. Oh. Ich muss an meine Karten auch loswerden. Ich meine auch, ja. Oh, jetzt halt diese plus zwei. Plus zwei Farbbellen. Zack. Ach komm. Da ist drauf. Pläbidi, Flop, Flop. Pläbidi, gibs dir mal plus fünf. Nee, Mann. Kann ich machen. Gibst du lieber Madden, die plus fünf. Ah, natürlich. Madden will in die Richtung gehen, Mann. Nee, Fabian will in die Richtung, Junge. Was ist das für eine Karte? Das weiß ich schon wieder nicht mehr. Das eine ist, du ziehst zu lange, bis die Farbe kommt. Wie du dir wünschst. Oh, lecker. Was? Alle. Alle. Ja. Richtig heftig. Super heftig. Also diese Flipkarten sind halt ziemlich extrem. Ja, Mann. Zack, zack, zack. Nice. Ja. Ah, das kann man dazwischen schmeißen. Ah, okay. Das ist jetzt bitter. Er hat auch die Karte, Mann. Jetzt musst du halt regeln, Arnold. Ja, ich habe geregelt. Okay, alles klar, Simon. Martin, mach was normales. Mach was normales, Martin. Klink. Eine normale Zahl. Ich habe nur eine Karte. Dann musst du die halt legen. Ist es die plus 5? Dann haben wir auch die plus 5. Ja. Oh, ich spiel das jetzt. Wähle blau. Hellblau. Wähle hellblau. Nimm die andere Farbe. Ich hab ne plus 5 hellblau, verdammt. Du kannst aber nicht legen, glaube ich. Nimm die andere Farbe. Ja. Fabi hat gesagt, ich soll hellblau nehmen. Er kann nicht legen. Hä? Der kann doch nicht legen, dann. Ja, wieso kann ich denn nicht legen, wenn er eine Farbe wählt? Ja, Fabi hat gesagt, ich soll hellblau nehmen. Ich dachte, er weiß, was Simon nicht hat. Ja, aber ich hab das doch noch nie gespielt. Ach so, wow. Martin. Danke. Danke. Auf mich, Alter. Wow. Ja, wenn Fabi hier reißt... Was war ich auf Fabi? Dann spiel ich hellblau. Ich hab doch gerade gesagt, er kann dann nicht legen, wenn du dir die Farbe wünschst. Ich war lauter als du. Du warst schon. Er kann dich legen. Nein. Wie? Der Mann kann nicht legen? Und der Simon hat sich sogar gefreut, dass er diese hellblau Karte legen konnte. Ja, es war alles klar. Ich kann ja nicht riechen. Fehler sind passiert. Ja? Doch. Fehler wurden begangen. Es war schon klar. Es war schon klar. Arnold, du musst jetzt nicht irgendwelche Aggressionen zeigen und die an mir auslassen, ja? Es tut mir leid, du hast vorhin mir auch eine 2 plus 2 gedrückt. Ja, aber verdientermaßen. Das war jetzt unberechtigt. Ja, verstehe ich nicht. Muss er auch nicht. Ich wollte es dir nur sagen. Ne, das war nicht berechtigt. Sag ich ja, war nicht berechtigt. Dass du mir eine plus 2 gedrückt hast. Ja genau, dass du mir eine plus 2 gedrückt hast. Ne, ne genau, dass du mir eine plus 2 gedrückt hast. Ja. Geiler Move, ey. Geiler Move. Geiler Move. Ja, kann ich mit leben. Ja, kann man machen. Kann man machen. Aber jetzt würde ich cool finden, wenn wir eine andere Farbe haben. Ja, aber hätte ich auch nichts dagegen. Alles außer Orange bitte. Äh, das ist scheiße. Ich will nicht, dass jemand Orange bekommt. Orange wäre passend. Nein, Orange wäre nicht passend. Lieber Orange. Jetzt muss halt jemand Orange bekommen. Ja, eben. Also ich weiß nicht, warum Arno nicht Orange genommen hat. Arno, verhindere das. Mach was. Ja, ich mach weiter mit Aufbauungsschutz. Was wollt ihr dann? War doch alles wunderbar? Halte ab. Vielleicht hat er eine plus 5. Scheiße. Wir wechseln wieder. Verlastens. Nee. Oh, sorry Arno. Es tut ihm so leid. Oh. Oh. Oh, Alter. Das ist so übel. Weißt du, man kann so viel Karten kriegen durch die plus 5er. Und es gibt halt keine Karten tauschen. Oh, sorry Arno. Oh, das ist doch nicht möglich. Oh, es gibt keine Karten tauschen beim Flippen, ne? Nee. Es gibt keine Karten. Komm, breche dich. Ja, das mach ich halt dann so. Okay, pass mal auf. Krasser Dude, Alter. Alter, ja. Lass uns alle 25 mal aussetzen. So sieht's aus. Alter. Alter. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal ganz kurz. Ich bin noch nicht fertig. Es geht noch weiter. Ich bin noch nicht fertig. Wartet. So. Jetzt. War das geil? Kann er mal den? Alter. Ah. Gut gemacht, Arnold. Okay. Wuhu. Krasser Move, ey. Ciao. Das gibt noch eine Hunde wenigstens. Da müssen wir nochmal spielen. Auf jeden Fall, ey. Okay. Das war nice, ey. Wer hat jetzt noch nicht gewonnen? Ich hab schon gewonnen. Arnold. Ah, Arnold. Okay. Ich bin nur dafür da, um euch die Karten zu geben. Das siehst du aus, Mann. Du bist ein Gipper, sagste? Ja. Ich bin ein richtiger Gipper. Ja. Das ist mir alles hier zu farbenfroh. Ja. Das andere finde ich auch eh schöner. Ich finde die Farben tatsächlich cooler hier. Ja, ich auch. Hat was entspanntes. Warte mich. Komm. Scheiß drauf. Hat jemand... Ah, okay. Ist egal. Ich hab gewusst, dass du das hast, warte. Deswegen. Ach so, wusstest du das? Wirklich? Ja, ja. Ja, wegen, äh, weil ich die Karten vorhin gesehen habe. Weißt du? Ah, natürlich. Mua. Ah. Nehmen wir mal die Richtung drehen. Jetzt krieg ich erst mal. Arnold, wenn du dich die Richtung drehst, dann kriegst du es. Wow. Ich kann es nicht drehen, sorry. Ah. Gute Farbe. Ich kann es drehen. Simon, sei nicht so verbissen. Ich bin nicht verbissen. Jetzt ist mehr Vorfreude. Vorfreude auf was? Auf dich. Aber das wird nicht gut enden, Simon. Für wen? Für wen? Dann zieht jetzt vielleicht eine Plus 5 gerade, gell? Und... Ach, mal den. Ich sag's doch. Ich sag's doch. Ich sag's doch. Ja. Ja. Geh nochmal rüber. Ja. Ja. Da ist jemand. Konntest nicht legen, he? Konntest nicht legen. Na, falsche Farbe. Da dann. Ja. Was hättest du denn gerne? Ja. Aber nein. Hier geht's wieder her. Jetzt ist die richtige Farbe. Richtig gut. Ja. Aber jetzt mal gucken, ob das eine Runde überlebt. Von Farbe anscheinend jetzt nicht. Nein. Ich hab die Farbe nicht. Ich hab sie nicht. Weißt du was, für dich zieh ich jetzt extra. Das ist aber die von dir. Alter, was macht ihr denn hier? Ja. Oh, das funktioniert. Wunderbar. Wunderbar. Sehr schön. Was soll das? Soll ich denn? Und gleich liegt er, sie. Komm mal. Oh, scheiße. Oh. Hallo. 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 Also ich bin raus, ne? Ja, krassig. 24 Karten, Alter. Das ist so übel. Man sieht sich nicht los, über Entwickler. Warum darf man hier die Karten nicht tauschen? Dass man so ein Arnold ist, einfach. Übel. Aber jetzt kann ich halt immer legen. Arnold. Hab ich. Er hat alles einfach. Oh ja. Uno. Komm mal, befreie dich von der Last. Schade. Oh no. Alter. Die hab ich jetzt leider nicht, aber leid. Ähm. Oh no. Oh. Boah. Dead move, ey. Ja, so ein toller Move ist es nicht. Ja, okay. Dann war er doch nicht so verbesserungswürdig, würde ich mal sagen. Aber das war halt die einzige Karte, die ich hatte. So. Simon hat eine grüne 3 sehen wir alle, ne? Du meinst, er hat zweimal Farb wechseln. Grüne 3. Ja. Boah, das tut so weh, Mann. Ich hab das zweimal. Gelb, please. Da kann ich mitreden, ja. Ja, dass du überall mitreden kannst, ist los. Da kann ich auch mitreden. Alter, Arnold, das betreibst du mir nicht. Ah ja. Oh. Halt die Backen. Kann ich nicht. Hey, Geist. Oh. Oh, warte, jetzt hast du die plus 5 abgeschmissen. Sehr gut. Man muss sich immer merken, wenn es die Karten dreht, welche Karten das sind. Ne, es tauscht trotzdem durch, weißt du, es ist... Ne, es ist immer die gleiche. Ich hab das ein paar mal bemerkt, es war immer die gleiche Karte. Ne, ne, ist es nicht. Halt's Maul. Ne, ist es nicht. Es ist nicht, so wie du es meinst. Aber dann war es zufällig die gleiche Karte zweimal, weiß nicht. Zufällig. Oh, und wechseln. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Gar nicht. Gar nicht, ne. Du nervst langsam. Ihr seid das schuld, Mann. Hast du gemerkt, was für Karten der noch hatte? Ja, Simon, ey. Simon hat grün, auf jeden Fall. Nein, ich hab meinen Farbrexler abgeworfen. Haaaah. Natürlich. Natürlich. Wirf grün für den Simon. Yeah. Schmeiß ihm das grün doch hin. Oh, ja. Was hat er noch? Noch grün. Noch mehr grün. Noch eine grün. Aber ihr wirft grün. Ja, ich kann ja nix, aber du wirfst ja auch grün. Ja, ich hab ja nix anders. Ja, dann nimm halt auf. Mach ich auch. Arnold, nimm mal was auf hier. Ah, belastend. Hey, ich mach mir nichts. Das war's hier. Ja, ist gut. Du bist der Held. Nee. Fabi, beschwert sich, dass wir grün legen, spielt aber einfach grün. Tja, kennst du meine Spielweise langsam nicht? Nein. Ist die Spielweise, komm, leck mich am Arsch, ihr macht das schon. Genau. Genau wie Spiel von Udo, man. Ihr regelt schon und dann wird geblamed. Wieso hast du das gelegt? Was hat Simon? Kein Gelb auf jeden Fall. Mach doch grün, Fabi, ihr weiß es. Ja. Wechseln. Läuft. Läuft. Zieh weiter. Mach ich. Du ziehst so schön. Zieh mal weiter. Oh, Martin hat auch nur noch 3 Karten. Das müssen wir mal ändern hier. Was? Sieht aber keine plus 1? Das sieht nicht so aus. Das ist aber traurig. Komm Martin. Komm, Fabi. Fabi hat auch 1 Karten. Jawoll. Schäme drauf auf den Boden. Ach muss 3, Alter. Was gibt's doch nicht? Üh, nö. Du hast jetzt eine, äh, 8 Pink, okay. Martin hat 8 Pink. Ach, Pink. Ja. Ach, Mann. Jetzt dachte ich, ich gehe von grün, von grün weg auf rot, dass ich dann sauber, äh, dass ihr denkt, alle, äh, der will rot. Nö. Ja, wir gewonnen. So zur Runde. Hm. Leider, ja. Aber ich habe ja heute schon meinen Sieg. Das reicht. Das ist schön. Sieg des Tages erreicht. Oh, no. Oh, no. Was hat er? Keine Ahnung. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Das ist so eine Special-Move-Karte, Mann. Ich sag's dir. Boah. Klasse. Oh, Mann, du zögerst er sie hinaus. Wir dürfen jetzt nicht flippen auf jeden Fall, ne, Jungs? Du zögerst er sie hinaus. Stimmt, wir dürfen nicht flippen. Nee, sonst ist es. Es kommt drauf an, was ich jetzt ziehe, ne? Mann, den zieh was richtiges von. Boah. Alter. Mann, du machst es schon. Mann, du machst es schon. Mann, du machst es schon. Steine Verantwortung. Ah. Sehr gut, das ist gut gemacht. Belastend. Wow. Das ist bitter. Oh, kacke. Farbwechsel und ne 3. Ja. Oh mein Gott, ey. Und die Rückseiten sind auch nicht besser. Oh. Ja, Simon, das hilft jetzt keinem von uns. Doch. Ich verhindere, dass du jetzt den Rückenwind überholst. Okay. Oh. Alter. Natürlich, was der andere da auf der Hand hat. Ey, Simon, das... Kann ich mal flippen? Ich möchte es mal sehen. Nö, nö. Hier flippt keiner. Hier flippt niemand, sagst du? Wir flippen eher aus. So sieht es aus. Ausflippen, sagst du? Mhm. Das ist er. Er hat ne Red... Red Hat. Oder mach ich ein Pascal-Buch und mach irgendwie eine andere Farbe? Er hat ne Orange. Er hat ne Orange, ne? Ja. Ja. Nein, wieso tust du das? Ja, dann wissen wir, was er hat. Ja, eben. Ja, ich hoffe, dass... Ich hoffe, dass, was ich jetzt mach, ist richtig, aber ich mach so's mal. Ich muss ziehen. Oh, der aussetzen hat er. Oh, das ist nicht gut, Fabi. Das war nicht gut. Das war nicht gut, ne. Das war nicht gut, ne. Okay. Er wurde zwei. Ja, so... Ja, okay, sorry. Er hat gewonnen. Er hat fünf gezogen. Das war dumm, dass du das wieder wegfährst. Ja, ich wusste nicht genau, was... Der wusste eher, dass er eine Orange plus fünf hatte und dann... Aber Orange mit zum Brot. Alles klar, liebe Zuschauer. Heute darf jeder mal gewinnen und sich kurz gut fühlen. Dankeschön. Wir verabschieden uns. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.